Der Osterhase und sein Gehilfe Vor langer Zeit, als ich noch zur Grundschule ging, hatten wir einen süßen, plüschigen Hasen, der umhüllt war von warmen, majestätisch weißen Fell. Sein Name war Lilo und Lilo war lange Zeit mein Osterhase. Alles begann mit der Dekoration von Hasen mit Körben voll bunter Ostereier. Ich fragte damals meine Mutter, wer das sei und was er mit den Eiern vorhatte. Das ist der Osterhase. Der, der zu Ostern die Geschenke bringt und die Ostereier versteckt, entgegnete meine Mutter. Fasziniert von dieser Information begann ich Lilo, unseren Hasen, mit ganz neuen Augen zu sehen. Oft verbrachte ich Nachmittage vor Ostern damit, ihn zu beobachten, um herauszufinden, wo wohl seine Geschenkefabrik zu finden sei. Der Hase hingegen war nicht sonderlich begeistert davon, von einem kleinen, lauten und entschlossenem Kind verfolgt zu werden. Er hoppelte immer so schnell, er konnte davon, obwohl ich meinen Abstand beibehielt und mich versteckte. Er war in mehrerlei Hinsicht ein besonderer Hase. Er kam fast jeden Tag, an welchem die Sonne schien, aus seinem Stall und suchte dann meine schreckhafte und doch verspielte Katze. Diese dachte zuerst, sie könne ihm Angst machen und jagen. Bis sie merkte, dass er selbst gerne Jäger spielte. Damals fragte ich meine Mutter, ob er als Osterhase keinen Titel verdiene, wie Majestät und ob dann nicht sein Hasenstall ein Schloss sein sollte. Durch meine Fragen bekamen meine Eltern oft sehr große Augen und lachten herzhaft. Wo sollte der arme Osterhase Platz für sich finden, wenn er so viel Platz für die Geschenke benötigt? Als logisch empfand ich es dementsprechend, wenn Lilo sich davon schlich bzw. davon hoppelte und sich dann weigerte zurückzugehen. Wahrscheinlich war er mit den Geschenken noch nicht fertig. So musste seine Majestät zum Schloss zurückgetragen werden. Als kleines Dankeschön begann ich aber den Stall zu jedem Osterfest schön zu dekorieren und besonders vor Ostern immer ganz lieb zu Lilo zu sein. Das war ebenso die perfekte Gelegenheit, in dem kleinen Stall nach Geschenken zu suchen. Nach und nach kamen mir mehr Fragen in den Sinn. Wie trägt dieser kleine Hase die vielen Geschenke? Hat er vielleicht super Kräfte? Oder hilft ihm jemand? Der Weihnachtsmann konnte es nicht sein. Dieser war laut meiner Mutter im Urlaub. Besonders lieb und bewundernswert empfand ich aber, dass Lilo sich nicht selbst Geschenke machte, weshalb ich ihm zu Ostern immer kleine Geschenke machte und sein heimlicher Gehilfe wurde. Sein Geheimnis hatte er mir aber leider nicht anvertraut. Meine Vermutung verstärkte sich, als ich einmal Lilo aus dem Haus hoppeln sah und es kurz danach hieß, dass der Osterhase Geschenke hinterlassen habe. Als wir dann noch in der Schule den religiösen Hintergrund von Ostern lernten, dachte ich mir, ich hätte den wahren Gehilfen von Lilo gefunden. Vielleicht half Jesus Lilo beim Geschenke verteilen und er half dafür, Jesus wieder auferstehen zu können. Der Hase sei ja ein Symbol für Leben. Für die schöne Zeit, die ich als Detektiv hatte und für den Spaß bin ich Lilo bis heute dankbar. Dieser plüschige Freund auf vier Pfoten ist der Grund dafür, dass ich zu jedem Osterfest ein großes Lächeln im Gesicht habe. Und beim Anblick jedes weißen Hasen denke ich an die schöne, witzige Zeit zurück, als ich der Gehilfe des Osterhasen war. Was ich neben dem Osterhasen noch mit Ostern verbinde, sind die bunten Farben und das Eierfärben. Zu Beginn mochte ich das Färben nicht, da ich zum Unglück meiner Mutter immer alles mischen wollte, bis es braun-schwarz wurde. Das wiederum wollte meine Mutter nicht und wir diskutierten. Als meine Mutter mich jedoch an meine Verantwortung als Gehilfe des Osterhasen erinnerte, hörte ich zu Beginn widerwillig auf sie. Das änderte sich, als ich die schönen bunten Farben und Muster auf den Osterern sah. Da fühlte ich mich plötzlich ganz stolz und es machte sehr viel Spaß mit meinen Geschwistern und meinen Eltern diese Klecksera veranstalten zu können. Dieses Mal ohne Konsequenzen. Nur einmal hatte das Klecksen negative Konsequenzen. Wir waren gerade beim Einfärben und meine, um ein Jahr ältere, Schwester sagte mir immer wieder, dass Lilo nicht der Osterhase sei. Ich war als einziges Kind meiner Familie der Überzeugung, dass Lilo etwas mit dem Osterhasen zu tun haben musste. Wie Kinder so sind, begannen wir hitzig zu streiten und schon flogen viele Farben durch die Luft und darüber waren meine Eltern wirklich nicht erfreut. Wir mussten in getrennten Räumen weiter färben, nachdem wir unser Chaos aufgeräumt hatten. Daran erinnert meine Familie mich auch noch heutzutage gerne. Neben dem Eierfärben dürften wir Kinder mit unserer Mutter auch Dekorationen passend zu Ostern gestalten und aufhängen. Bei diesen dürften Farben nicht fehlen und ebenso begrenzten wir uns nicht nur auf typische Ostermuster. So malten wir ebenso Blumen und Superman. Diese wunderschönen Kunstwerke und deren Geschichten mussten natürlich jedem Besucher stolz gezeigt und erklärt werden. Einige dieser Kunstwerke gibt es auch heute noch. Eines davon ist ein Bild von Lilo, meinem Osterhasen, der einen Ehrenplatz am Eingang unseres Hauses erlangt hat. Und zu jedem Osterfest erzählten sich die Erwachsenen die Geschichte von einem Hasen namens Lilo und seinem Treuen Gehilfen. Dies sind die Kindheitserinnerungen eines Mitglieds unseres Vereins. Wir danken recht herzlich dafür und wünschen allen Mitgliedern und Freunde des GFA e.V. ein schönes Osterfest. Ihr Bundesvorstand Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017